alle drei haben sich durch ihre herausragende leistung für das finale qualifiziert sowohl bei den zuschauern als auch bei der jury am abend des finales mussten sich letzten prüfungen unterziehen um ihre fähigkeiten auf dem laufsteg und vor der kamera unter beweis zu stellen ein glamouröser lauf in atemberaubenden hautkultur kleidern vor einem begeisterten publikum und dem kritischen blick der jury bildete den höhepunkt des abends außerdem standen die letzten fotoshootings an die mit internationalen fotografen an spektakulären orten stattfanden die kandidatinnen beeindruckten mit ihrer professionalität und ihrem talent so dass die entscheidung letztendlich äußerst knapp ausfiel die jury und gaststars die bestehend aus heidi klum thomas haio und dem neuen jury mitglied lena gerke hatte die schwere aufgabe die gewinnerin zu küren prominente gäste wie naomi campbell und bill kaulitz gesellten sich im verlauf des abends hinzu und machten das event zu einem noch größeren highlight die gaststars durften nicht nur bei der jury wertung mitwirken sondern auch eigene meinungen und eindrücke der kandidatinnen tahlen this gave the final evaluation an additional dimension and showed the participants that their talent is also recognized outside of the show the path to the top model crown after several months of hard work tears and cheers only one candidate could take the coveted title home in the end the winner of this year's season was the decision clara is germany's next top model 2024 clara ultimately prevailed and was crowned the winner of gntm 2024 her journey in the show was characterized by consistently outstanding performance incredible adaptability and a professional demeanor that impressed both the jury and the audience clara 22 jahre alt und ursprünglich aus berlin zeigte bereits seit der ersten folge enorme fortschritte und entwickelte sich von folge zu folge weiter ihr siegesmoment war von freudentränen und kräftigen umarmungen begleitet als heidi klum ihr die begehrte krone und den titel überreichte reaktionen und zukunftspläne die freude im netz über claras sieg war riesig auf social media plattformen wie instagram und twitter wurde der moment tausendfach geteilt und kommentiert heidi klum as a mentor and judge also expressed her enthusiasm and emphasized how proud she is of clara's development the future of gntm after this successful finale it is eagerly awaited how germany's next top model will continue the next castings are already being planned and heidi klum announced that the show will always have surprising innovations germany's next top model 2024 was a complete success and once again showcase the enormous talent and enthusiasm that exists in the young modeling world with clara as the new gntm winner we can look forward to seeing how her career develops and what inspiring stories the next season holds anita fach friday june 14th 24